Ich heiße Oliver Martin, bin 31 Jahre alt, komme aus Heidenheim und fahre Golf 2 Umbau. Auf V6. Warum fahre ich dieses Auto und kein normales? Es hat etwas mit Freiheit zu tun, Kreativität zu setzen und einfach nur das gewisse etwas andere zu haben und ein Adrenalinkick-Feeling zu spüren. Was verändert wurde am Fahrzeug der Motor, V6 Corrado, 2,9 Liter Maschine, dann eine G60 Bremsanlage, vorne wie hinten auf Scheibenbremsen. AP Gewindefahrwerk auf Opel Stahlfelgen, 9x16 vorne und 9,5x16 hinten, hinten ist ET0, ist schon mega grenzwertig. Ja und Innenraum ist recht sporade, eigentlich ein bisschen Leinsäcke an den Türverkleidungen ran, eine Golf 3 GT Edition Ausstattung und ein 26er Lenkrad Alcantara bezogen. Und das war es eigentlich schon. Also ich habe einen Sohn, der wird jetzt im Juni fünf Jahre alt. Immer wenn ich zu ihm komme und er sieht mein Auto und sagt, Papa, cooles Auto und er grinst dann auch immer so, weil er guckt mich an und ich gucke ihn an. Dann grinsen wir weiter und wir sitzen dann vorne zusammen drin, er und seine Kinder sitzt und ich vorne. Ja und dann grinsen wir quasi beide über beide Ohren und haben einfach Spaß. Er findet mein Auto cool, weil es cooler ist wie Mamas Auto. Das BMX-Fahren ist eine Leidenschaft von mir, die ich schon mit sechs Jahren hatte und nie aufgehört habe. Mein Sohn fährt jetzt auch Fahrrad. Ich habe ihm auch eine Mini-BMX gekauft und das Geilste ist, wenn ich mit ihm zusammen Fahrradtour mache, das ist einfach nur cool wie Vater und Sohn mit dem BMX so irgendwo ins Dorf rumfahren, kleinere Strecken. Mir gefällt das, da kriege ich immer so Freude, das ist ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Ich fahre dieses Auto aus freiem Willen, weil ich es will, nicht weil ich es muss. Ich finde die alten Autos, auch wenn es Umbauten sind, viel geschmackvoller, die haben noch Klasse. Das Gefühl, wenn ich mit ihm Auto fahre, das ist ein Gefühl von Freiheit, von Coolness, von einfach nur Feeling, Freude, positives Empfinden, weil man genau weiß, hey, das Auto fährt kein zweites Mal. RfK Films